Ich bin gegen das Projekt Stuttgart 21, weil ich finde, dass da einfach viel zu viel Geld reinfließt in das Verbuddeln vom Bahnhof. Dieses Geld wäre an anderer Stelle viel richtiger und wichtiger, zum Beispiel bei der Gäubahn, bei der Südbahn oder beim Ausbau der Rheintalstrecke. Dort würde es wirklich Nutzung bringen und nicht bei dem Projekt Stuttgart 21. Statt Reformen von oben den Schulen überzustülpen, bin ich dafür, dass die Schulen mehr Freiräume bekommen. Ich möchte, dass wir ein längeres gemeinsames Lernen haben in diesem Bildungssystem, wo die Schüler nicht so früh ausselektiert werden. Wirtschaft und Mittelstand sind mir eine ganz wichtige Angelegenheit. Die Stärke, die wir haben als Region hier und auch als Land, das weiter ausbauen, das garantiert und schafft Arbeitsplätze und generiert auch Einnahmen. Eine Energiewende ist das, was wir als Grüne anstreben, weg vom Atomstrom, keine Verlängerung der Atomkraftwerke, hin zu den regenerativen Energien. Das ist die Zukunft für das Land. Ich möchte mich in den fünf kommenden Jahren im Landtag im Wesentlichen für eine Umsetzung einer Agrarpolitik einsetzen, die in Richtung geht, mehr Tiergerechtigkeit, mehr Umweltschutz und hohe Qualität und Gentechnikfreiheit. Das ist die Zukunft für das Landtag, mehr Umweltschutz und hohe Qualität, mehr Umweltschutz und hohe Qualität, mehr Umweltschutz und hohe Qualität, mehr Umweltschutz und hohe Qualität.